Hey Leute, hier ist der Marc und heute zeige ich euch, wie ihr den DS Automobiles, DS3 Racing oder auch Citroën genannt, freischalten könnt. Ihr müsst die Season-Veranstaltung am Holyrood Park abschließen. Diese ist aber nur vom 3. bis 10. Januar 2019 verfügbar. Dafür müsst ihr die Season-Veranstaltung auf Experte mit dem ersten Platz abschließen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, diesen geilen Wagen freizuschalten. Ich würde mich natürlich tierisch über euer Like freuen. Schaut auf jeden Fall auch auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Ladet euch das Tuning runter, was oben eingeblendet ist. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.